Wenn er auch was für mich empfindet, warum kann er das nicht einfach zugeben? Und so einfach ist es nicht. Ich meine einfach nur, dass du ehrlich zu ihm sein sollst. Sonst zerstört er am Ende noch alles, was euch verbindet. Vielleicht ist ja schon alles kaputt. Ja, vielleicht musste das so kommen. Boah, ich ist echt nicht mehr zu helfen. Wie kann es sein, dass ich Stunden vor der Präsentation eine Frau in einem Kleid sehe, was wir heute Abend zum ersten Mal zeigen? Ganz offensichtlich hat jemand den Entwurf kopiert und weitergegeben. Jessica, was machst du da? Rebecca, es ist jetzt nicht so, wie es aussieht. Ach nein? Das ist ein Kleid aus der neuen Kollektion. Was macht das hier in deiner Tüte? Was passiert jetzt? Das weiß ich nicht. Ich muss jetzt erstmal mit Tanja reden. Die haben mich suspendiert. Was? Wieso das denn? Ich weiß es nicht.